Von langer Zeit, da hast du ein Haus mit Holz und Mettern gebaut. Inzwischen war das Nostalgie der Holzbaustoff vor Ort. Die Musik-Challenge Woodstock bringt uns die Veränderung. Denn Holz schafft alles vom Gefühl und hält den Körper jung. Und hier ist mein Geheimrezept, das möchte ich euch verraten. Ich brauch kein Zähn, kein Beton und auch kein Mauerstein. Brauch kein Passat, kein Mörtel und kein Tübel. Für ein paar Stunden wird Bewegung macht im Lärchenwoll. Denn ohne Holz verstofft, da wird man Spei und Übel. Ich brauch mein Lärchenbrett. Denn ohne Holzprodukt, ist wohnet halt so nett. Als Träger von erneuerbarer Ökoenergie. Als Lebens- und Erholungsraum für Menschen und das Vieh. Als Baustoff, Werkstoff, Brennstoff und vielmehr Verwendbarkeit. Ist Rohstoffholz der Favorit, der vor der Tür gedeiht. Und hier ist mein Geheimrezept, das möchte ich euch verraten. Ich brauch kein Träger, kein Beton und auch kein Mauerstein. Brauch kein Passat, kein Mörtel und kein Tübel. Für ein paar Stunden gibt Bewegung macht im Lärchenwoll. Denn ohne Holz verstofft, da wird man Spei und Übel. Ich brauch mein Lärchenbrett. Denn ohne Holzprodukt, ist wohnet halt so nett. Ich brauch mein Lärchenbrett. Denn ohne Holzprodukt, ist Leben halt so nett.